Ist das nicht ein schönes Winterbild? Eine kleine Hoffnung für alle Winterfreunde, die in diesem Winter bisher arg enttäuscht worden sind. Die großen Schneemassen, die große Kälte hat es noch nicht gegeben. Eher das Gegenteil war bisher der Fall gewesen. Aber in den nächsten Tagen gibt es zumindest wieder den Berglandwinter. Oberhalb von 400 bis 500 Metern kann es bei uns mal wieder weiß werden. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Donnerstag hier bei wetter.net. Wir schauen auf die Ensemble-Prognose für die Mitte des Landes und gucken mal, wie sicher ist eigentlich diese winterliche Wetterlage und ist sie eigentlich von langer Dauer? Ja und wir sehen hier anhand der 2 Meter Temperatur, naja, das Ganze ist eher nass-kaltes Schmuddelwetter unterhalb von 400 bis 500 Metern. Dann gibt es auch am Wochenende immer wieder leichte Plusgrade, Plus 2, Plus 3 Grad und nächste Woche, da steigen die mittleren Temperaturen schon wieder an Richtung 5, 6 Grad Marke. Also so richtig wilder Winter weiterhin bei uns in Deutschland auch erstmal nicht Fuß fassen. Aber wir müssen auch sagen, da ist eine große Unsicherheit mit dabei. Wir haben einzelne Läufe ganz oben bei 8 bis 10 Grad. Wir haben aber auch den ein oder anderen Lauf ganz unten, wie hier diese lila Linie, minus 10 Grad. Das ist aber wahrscheinlich nur ein grober Ausreißer, denn wir sehen, das Mittel aus allen Berechnungen bleibt eher so bei 4, 5 oder 6 Grad. Doch danach könnte es ab dem 18. und 19. Januar wieder kühler werden. Die Betonung liegt auf Könnte, denn bis dahin fließt noch ziemlich viel Wasser den Rhein hinunter. Also wir müssen da weiterhin geduldig sein. Die Wetterlage aktuell wird heute ein bisschen ruhiger werden. Zwischen den Tiefs kommt hoher Luftdruck mit ins Spiel, aber weiterhin kommt hier aus Nordwesten die kalte Luft zu uns nach Deutschland geströmt. Und deswegen ist es heute auch ein relativ kühler Tag im Vergleich zu den vergangenen Tagen. Wir erinnern uns zum Jahreswechsel. 14 bis 17 Grad haben wir da gemessen. Die ersten Frühblüher sind schon unterwegs. Jetzt wird es aber deutlich kühler. Die Temperaturen erreichen heute maximal so 2 bis 3 Grad hier im Osten des Landes. Im Westen sind 4 bis 5 Grad drin. Ab und zu scheint auch mal die Sonne. Mittendrin sind einzelne kurze Schneeregen oder Schneeschauer nicht ganz ausgeschlossen. Aber auch diese Temperaturen sind eigentlich für die aktuelle Jahreszeit immer noch zu hoch. In der kommenden Nacht gibt es viele Wolken aus Westen. Da zieht Schneefall heran. Und da kann es morgen früh vor allen Dingen in mittleren und höheren Lagen auch mal glatt sein. Denn wir sehen, die Temperaturen, die rutschen bis morgen früh teilweise in den Frostbereich. 0 bis minus 3 Grad werden da erwartet. Und das heißt, glatte Straßen müssen wir mit einkalkulieren. Also morgen ein bisschen mehr Zeit auf dem Weg zur Arbeit einplanen. Wie geht es danach weiter? Nun, es bleibt dabei, in den tiefen Lagen unterhalb von 400 bis 500 Metern gibt es meist nur nasskaltes Schmuddelwetter. Am Freitag viele Wolken, besonders über der Mitte Niederschläge, wie gesagt, in den höheren Lagen als Schnee. Weiter unten meist nur Schneeregen oder Regen. Das Ganze bei Temperaturen von plus 1 bis plus 6 Grad. Und auch der Samstag relativ ähnlich. Viele Wolken im Norden auch mal längere Zeit Sonnenschein. Und aus den Wolken fällt teilweise Schneeregen oder Schnee, je nach Höhenlage. Und die Tagestemperaturen erreichen maximal 0 bis 4 Grad. Noch der Blick auf den Sonntag, der bringt dann aus Westen neue kräftige Niederschläge. Und die fallen auch mal bis 200 Meter herab als Schneeregen oder Schnee. Da kann es auch dort mal kurzzeitig weiß werden, aber meist eben nur das berühmte Matschwetter. So richtig Schnee gibt es dann erst ab 400 bis 500 Metern. Denn vor allen Dingen hier im Westen und in den Mittelgebirgen, da heißt es dann spätestens ab dem Nachmittag auch mal Ski und Rodelgut. Naja, zumindest Rodelgut würde ich sagen. So ein paar Zentimeter können es werden. Und das reicht zum Schlittenfahren durchaus auch mal aus. Die Temperaturen aber in Tiefenlagen zu mild für Schnee, für eine Schneedecke. 1 bis 6 Grad über 0. Ja, und was kann denn da runterkommen bis zum Sonntagabend? Wir schauen uns mal die Schneehöhen an, die verschiedenen Prognosen der Wettermodelle. Und wie immer ist Vorsicht geboten. Ich habe es schon mehrfach hier gesagt. Gerade die Schneehöhenprognose ist eine sehr unsichere Kiste bei den Wettermodellen. Wir hatten es ja gesehen vor Weihnachten. 40, 50, 60 Zentimeter Schnee wurde da angepriesen. Am Ende gab es hier und da mal 2 bis 3 Zentimeter. Das war es dann auch gewesen. Deswegen, diese Prognosen jetzt sind mit Vorsicht zu genießen. Wir sehen hier die Schneehöhen am Sonntagabend. Selbst im Norden eine dünne Schneedecke, 1 bis 2 Zentimeter. Liegt aber alles im Unsicherheitsbereich. Das kann auch gar nichts sein und wird wahrscheinlich auch gar nichts sein in dieser Region. In den Mittelgebirgen aber 5 bis 10 Zentimeter. Das ist schon eher realistisch. Oberhalb 400 bis 500 Meter. Da kann mal einiges liegen bleiben. Wie gesagt, zum Schlittenfahren dürfte es ausreichen. Und auch hier unten an den Alpen, da können einige Zentimeter Neuschnee vom Himmel kommen. Zumindest nach der Prognose vom amerikanischen Wettermodell. Das Europäische ist wie immer sehr forscht. Das macht es fast in ganz Deutschland weiß. Wer das glauben mag, der mag es gerne glauben. Aber auch daran mag ich nicht so wirklich glauben. Das sind wahrscheinlich auch wieder ein paar Zentimeter in den Mittelgebirgen sehr realistisch. Aber im Rest des Landes, diese 1, 2, 3 Zentimeter, die fast geschlossene Schneedecke in ganz Deutschland, die stelle ich doch mal sehr stark in Frage. Und jetzt kommt der große Spaßverderber. Wie immer das deutsche Wettermodell. Das sieht das Ganze sehr entspannt in Sachen Schneehöhe am Sonntagabend. Im Norden eigentlich so gut wie überhaupt nichts. Und selbst in den Mittelgebirgen mal nur so 4, 5 Zentimeter Schnee. Das höchste der Gefühle. Ein bisschen mehr hier am Alpenrand. Beziehungsweise in den Alpen. Also insgesamt das deutsche Wettermodell. Mit der höchsten Auflösung wohlgemerkt. Ist da wirklich am zurückhaltendsten, was die Schneehöhe am Sonntagabend angeht. Ich sage es schon mal vorweg, bevor die große Enttäuschung kommt. Die großen weißen Winterlandschaften wird es auch am Wochenende für die meisten von uns wohl eher nicht geben. Wir schauen noch mal auf die Ensemble-Voersagen für die verschiedenen Regionen. Wir beginnen mit dem Norden des Landes bis zum 21. Januar. Zunächst nass Kaltemperaturen so 0 bis 2 bis 3 Grad. Ab und zu mal ein paar Niederschläge, die fallen als Schneeregen oder Regen. Danach wird es auch im Norden wieder deutlich milder. 5, 6 Grad sind im Mittel drin. Danach wieder etwas kühler. Das Auf und Ab geht weiter, aber nachhaltiges Winterwetter mit Dauerfrost ist nicht in Sicht. Wir schauen nach Westdeutschland. Auch hier eine ähnliche Entwicklung bis zum 21. Januar. Die Temperaturen zunächst im nasskalten Bereich 2, 3, 4 Grad plus. Nächste Woche 5 bis 6 Grad plus. Ab und zu Niederschläge. Bei diesen Temperaturen fallen die meist in tiefen Lagen natürlich nur als Regen. Und danach auch hier wieder etwas kühler. Aber auch hier bis zum 21. Januar kein Dauerfrost in Sicht und auch kein beständiges Winterwetter. Wir schauen nach Ostdeutschland. Auch hier ist die ganze Sache relativ ähnlich angesiedelt. Erstmal eine nasskalte Wetterlage. 2 bis 3 Grad über 0. Nächste Woche wieder deutlich wärmer. 5, 6 Grad sind dann auch hier möglich. Ab und zu Niederschläge. Die fallen nur oberhalb von 500 bis 700 Metern als Schnee, Regen oder Schnee. Darunter ist es nur Regen. Und danach wird es wieder etwas kühler. Und wir blicken noch nach Süddeutschland. Da sieht es schon ein bisschen besser aus für Winterwetter. Die Temperaturen im Mittel immer um die 0 Grad. Und das über mehrere Tage hinweg. Ab und zu gibt es Niederschläge. Die fallen natürlich bei diesen Temperaturen immer wieder als Schnee. Vielleicht auch mal kurzzeitig als Schnee, Regen. Aber wir müssen bedenken, diese Ensemble-Prognose bezieht sich auf eine Höhe von fast 500 Metern. Das ist also schon die mittlere Höhenlage eher. Und auch da sieht es dann eher nur so ein bisschen leicht nach Winterwetter aus. Also auch hier Dauerfrost, strammer Dauerfrost ist eher kein Thema. Und das bis zum 21. Januar. Und wir nähern uns dann auch schon dem Ende des zweiten meteorologischen Wintermonats. Mal gucken, was uns vielleicht noch der Februar an Winterwetter bringen könnte. Das war es vom Wetter hier bei Wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal Wetter.net auf YouTube. Tschüss und bis bald.